die bäume er hat uns ja also noch mal platt der akko der kerl was schießt er jetzt auch auf dieses buch so schön was okay schon wieder eine kiste die fällt ja geil weihnachtsmitte das neues einfallen mensch weihnachten ist vorbei und schneidungs dach wir brauchen das dach dann oben da bleibt der schnee nicht drauf liegen glaube ich da stehen hier schon gerüste da könnt ihr die schon benutzen naja ihr könnt da links anfangen wir müssen nicht warten wer macht die eigentlich aufgabe erfüllt fortgeschrittener bau perfekt er hier so hier ist das wasser weg das schnee weg machen wir hier noch mal hin hat die eigentlich geangelt oder ist das wieder automatisch gelöscht worden das werden wir dann sehen noch mal wasser raus das brauchen wir ja auch so jawohl gute leute da wieder hin und das wäre schön geht doch wieso wechseln da oben jetzt schon grün zeug schon schimmel hier ist das schon schimmel wir haben ja noch zehn stück wieder die ganze wand noch zu machen wieso geht das jetzt nicht weg geht doch klappt doch alles bestens hier muss man auf meinem stuhl warte mal gerade naja ich sitze hier ein bisschen schief jungs auch nicht so prickelnd ok ja ja den schnee gehen wir dann auch weg aber das grünzeug da oben weg wir machen das weg wie wirklich fühlt sich keiner für zuständig er trägt jetzt sein schnee woanders dahin hat der sammelt wahrscheinlich was ein den können wir noch weg machen wir brauchen holz leute wird er geholt ja auch noch zutaten guckern zutaten baumaterial rohstoffe so das grünzeug ist weg wo willst du hin jetzt läuft er da oben lang und baut von oben na gut jetzt muss ich warten bis der da wieder runter kommt wenn ich jetzt das geht da runter du machst das so aber klappt kletter nie hoch danke und ich höre die mal auf mich der baut bretter da unten gibt es hier eigentlich neues haus des froscholisken hat man auch schon mal irgendwie ein haustürhaus gebaut aber haben es nie hingestellt kommt jetzt bei haus des froscholisken wir gucken was da rauskommt warum haustiere oder wie das noch fangen weil ich nicht so bauma bitte eisen erz verschwenden und nägel so hier kann man kochen das kohle im war das recht zwei kohle im gespräch aber naja grün kohle auch nahrung so das machst du zu ohne hochzuklettern ok alles klar weg damit jetzt muss der ganze kram hier erstmal zu irgendwas weg macht ich kann dieses lager was da steht nicht verschieben vielleicht maulen sie weil sie da nicht dran kommen was denn ach so da klopft einer an die tür geht nimmer jetzt klopft einer mehr an die tür so da müssen wir leider hin machen also gerüst die haben wir noch noch 10 sind im lager kommt denn hier kollega jetzt her ach so da war ja noch da hinten ist noch der weg sind wir diese große und erstens scharf dass wir irgendwann mal fangen wir brauchen die wolle aber dazu brauchen wir unsere farm die können wir noch nicht die können wir noch nicht das machst du zu bitte da oben liegt schnee der will die wegkriegen da müssen sie aber aufs dach hoch machen wir außen und gerüstern hin so eine dunkel und wer das weg bitte will wir sind natürlich da immer hoch springen was denn hier los ein einsamer kämpfer du hast noch 20 sekunden portal ach gott ja 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 gut die tür ist ein bisschen nah dran wir könnten das gleich mal später rechts rüber bauen was mit glück gibt es hier keinen günstig feier sage ich euch wo ist denn du hin wo willst du einsamer da oben wieder hin wir müssen die qualität unserer unterkunft verbessern da kommen auch weniger ratten ich habe doch mal die ratte da so lass mal hier weiter schauen was haben wir hier irgendwie mal was das für sangeln holzschild für verteidigung das für angeln laterne bettchen aber den übersehen wieso ist eigentlich der bett habe ich mich gebaut habe ich aus versehen abgebaut nur zwei bitten glaube ich habe es aussehen abgebaut kann es sein da wird er nicht aber da ist unser haus zu ende nicht ruckeln und sagt dahin da kommst du halt dahin mein gott dann ist das halt so da oben weiter jetzt kriegst du hier ein gerüst bis da oben hin ja so viel haben wir nicht mehr das macht er mir noch zu los hier dazu machen dann ist gut dann ist gut so wir haben wir 27 alles klar da ist sie auch weg ja ja das wissen wir da steht der baum noch drauf das schaf lässt sich halt die ganze zeit leben wir brauchen ganz gering wolle hier ist halt noch so schön holz ist halt jetzt wirklich ein bisschen eng mit holz ja eng eigentlich nicht wir müssen halt immer nur schön sammeln wenn wir zu viel verbauen davon so was tut das jetzt hier rum Leute kann ja wohl nicht wahr sein so denn sammeln bitte ich will das haus da fertig machen was denn ach das ding da oder was von äh ist das jetzt von selbst verschwunden da hat überhaupt keiner Druck geschossen eben da rechts wo dieses lager steht das geht ja nicht weg das sieht natürlich ein bisschen blöd aus irgendwie vielleicht und das sieht doof aus machen wir später mal die luke nach unten eins höher wenn wir um baumaßnahmen machen jetzt gehabt hier noch was zu essen da muss niemand hunger leiden also normalerweise nicht hier holzwand rein und holzwand rein und dann machen wir das mal was denn da dahinter Schnee und hier dieses komische Zeug da so darf mal gucken ok und so drüben haben wir auch gleich kann ich das weg machen da wenn wir das voll machen sieht das dann besser aus oder läscht da wenn wir so Gänge da reinziehen das ist ja was ich meine diese Erde weil die latschen ja auch Erde rum ja ist ja auch nicht so fritteln mal gucken ob das überhaupt geht unter diesem Ding oder nicht es fehlt so meine ich das kann ich Treppen bauen ne ne Treppen gehen nicht weiß ich gar nicht mehr kann ich mich nicht mehr daran erinnern ob Treppen gehen oder nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht liebe Leute da hinten ist Schnee guck mal sieht ein bisschen doof aus irgendwie sieht das alles ein bisschen doof aus das Haus geht aber noch nicht hoch so weißt du was ich meine das seht ihr an den Sternen die da so im Kreis ziehen da da kommen sie von links sagt darüber das ist das Haus was macht denn ihr jetzt da achso äh ja ja äh ja ja äh zwerge halt ne das sieht jetzt nicht so intelligent aus weder von denen noch von mir oder jetzt mal da raus Alter geh doch da weg Mensch die fallen da runter immer nicht so so das ist doch gerade aber offen damit die da so 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 was ist denn wer denn wo denn was haben sie selbst geregelt ach die laufen jetzt zurück weil kein Portal ne kommt ihr da hoch guck Jungs ich bin ich so so da sind sie sie sieht es jetzt gut aus oder schlecht auf jeden fall nicht schön so Katzenhaus setzen wir im Katzenhaus wollen wir mal schauen was passiert kann ich eigentlich umsetzen ich setze das jetzt da hin ich ein Gott das ist eine Katze komm halt mal auf und jetzt aha und du so man muss noch Licht haben wir hier gemacht kommt der da dran machen wir so 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 geht nicht da ne geht nicht das zählt noch nicht die Verbesserung steckst da oben Grünzeug wieso denn das die Verbesserung der Komfort zählt noch nicht weil das da oben noch nicht als Haus zählt wir müssen noch mal schauen da brauchen wir diese diese Schurzern haben wir natürlich auch eine Leiter hingestellt ne da ist die Katze so ist die Katze sehr schön so da können wir aber noch ein paar Fenster hin machen aber das ist hier alles wirklich durchdacht